Es gibt einen Knopf. Wenn du ihn drückst, wirst du eine erfüllte Beziehung mit einer wunderschönen und intelligenten Frau haben. Frauen werden sich von dir angezogen fühlen und du wirst alle Frauen glücklich machen, denen du begegnest. Du wirst mehr Erfahrungen sammeln, Sex haben und tiefe Verbindungen spüren, aber du wirst ein klein wenig deiner Scham ablegen und deine Zeit investieren müssen. Und hier und da werden Frauen dich abweisen. Würdest du diesen Knopf drücken? Vielleicht kannst du es dir mehr und mehr vorstellen, aber ich sage dir jetzt, was passieren würde, wenn es diesen Knopf gäbe. Das Erste, was du sehen und spüren würdest, wäre nicht die Frauen. Es wäre nicht die erfüllende Beziehung. Nein. Das Erste, was du spüren würdest, wäre ein wohliges, schönes Gefühl von innen. Du würdest dich langsam immer wohler und wohler in deiner Haut fühlen. Du wärst stolz auf dich und auf das, was du bis heute schon geleistet hast. Es würde dich nicht mehr davon abhalten, stolz und mit Selbstbewusstsein auf andere zuzugehen. Und dann käme dieses Gefühl von Unabhängigkeit. Du würdest wissen und im ganzen Körper spüren, dass du nichts brauchst und alles schon in dir hast. Du könntest endlich frei und ungezwungen mit anderen reden. Du würdest mehr flirten, weil Flirten schon immer in dir gesteckt hat. Dir wäre es egal, wie andere reagieren und du könntest endlich zum Ausdruck bringen, was dir wichtig ist. Und das Verrückteste von allem, weil es dir so gut gehen würde, würdest du aus Herzen gerne etwas von diesem Gefühl abgeben wollen. Und diese Gabe, dieses Gefühl von Fülle, in dem du dich so wohl fühlst, dass du andere davon teilhaben lassen willst, das nennen wir Liebe. Wir wollen Frauen entdecken, wir wollen Frauen verführen und dabei ein ehrlicher, guter Mann sein. Dann dürfen wir unsere Bedürfnisse ihnen nicht verschweigen. Wenn du siehst, dass du auch ein Recht hast, hier auf dieser Erde glücklich zu sein, dass du dich nicht klein machen brauchst, dass du genauso gut bist, wie du jetzt schon Bucking bist. Wenn du weißt, dass du als Kind mal verletzt wurdest und diese Last immer noch mit dir trägst, dieses Kind in dir akzeptierst, es umarmen kannst und liebst und dann die Verletzungen ihr sehen kannst, sie akzeptierst und liebst. Dann fängst du an, Frauen so zu begegnen, wie es nicht nur gut für sie ist, sondern auch für dich. Dann strahlst du etwas aus und jede Frau kann in deinem Blick sehen, alles ist gut. Du strahlst dann Güte aus. Wenn du mit Frauen redest, dann spüren sie, dass sie sich bei dir wohlfühlen können. Sie vertrauen dir und lassen deswegen alle Hüllen fallen. Denn dieser unabhängige Mann zu sein, das ist nicht nett, das ist anziehend und können selbst wir schüchtern. Und gleich sage ich dir genau, was du tun kannst, um diesen Knopf zu drücken, selbst wenn du dich jetzt noch davor zurückhältst. Wenn du diesen Knopf drücken würdest, würdest du verstehen, dass alles, was du jemals gebraucht hast, um neben einer wunderschönen, attraktiven und intelligenten Frau aufzuwachen, schon längst in dir war. Du hast dieses Selbstbewusstsein und vergammt nochmal, lass uns doch versuchen, uns wieder daran zu erinnern. Zum Flirten lernen gehört es nicht nur, dass du Sprüche auswendig lernst, es gehört dazu, dass du verstehst, dass du schon längst flirten kannst, weil du es wert bist. Mit ihr, mit der schönen Frau auf der Arbeit, mit der süßen Dame, die dir ab und zu auf der Straße begegnet, selbst mit der Frau, wo du dich noch nie getraut hast, zu ihr hinzugehen. Wie viel Wert schreibst du dir selber zu? Wenn du auf einem Flohmarkt versuchst, deine alten Videospiele zu verkaufen und du tust sie in eine alte Pappkiste und klebst darauf ein Post-it, wo drauf steht 50 Cent, dann wird dir niemand mehr geben als das. Wenn du sie aber sorgfältig in ihrer Originalverpackung verpackst, auf einem Tisch mit einem schönen bespannten Laken legst, vorher einmal abstaubst und dich sowieso schon seit Jahren gut um sie gekümmert hast und du dann sagst, die kosten 5 Euro das Stück, dann werden andere nicht nur den Preis akzeptieren, du wirst die Menschen finden, die deine Arbeit und dich auch wert schätzen. Jede Angst, die wir haben, spiegelt sich in ihr wieder. Und da, wo wir jetzt noch stehen, da steht sie vielleicht auch jeden Samstagabend, wenn sie aus dem Fenster guckt und wieder sich daran erinnern muss, dass sie ebenfalls gerade alleine ist. Diese Frau, an die du heute gedacht hast, denkt vielleicht auch, dass sie gerne von dir angesprochen werden würde. Auch wenn wir es nicht sehen können, aller Wahrscheinlichkeit nach hat sie diesen Knopf auch noch nicht geduldet. Schenk ihr etwas von deiner Liebe und zeig ihr, dass die Welt noch voller Männer ist, für die es sich lohnt zu lieben. Trau dich, drück den Knopf, geh einen Schritt auf sie zu, damit sie sieht, was insgeheim für ein verdammt attraktiver Mann vor ihr steht. Dafür gibt es einige effektive Dinge, die du ihr sagen kannst und welche Worte sie von dir hören sollte, damit sie an niemand anderen mehr denken kann. Das bekommst du in diesem Video.